Am 21. April wurde der vierte Bauabschnitt der Gonner-Stütz-Mauer-Sanierung im Bereich Ernst-Tillmann-Straße und Breitbart-Straße in Sangerhausen übergeben. Am neugestalteten Platz am Mühlendamm trafen sich dazu die Mitglieder des Sanierungsausschusses, die im Anschluss ihre Sitzung durchführen wollten. Der Ausschussvorsitzende Klaus Peche begrüßte gemeinsam mit Oberbürgermeister Sven Strauß die Anwesenden. Gleichzeitig gab es ein kleines Resümee der seit 2013 stattfindenden Bauarbeiten auf insgesamt 450 Meter Länge. Nach zwei Jahren waren nun die Arbeiten im vierten Bauabschnitt beendet. Sie umfassten in Stadtsetzungsarbeiten an der Gonner-Stütz-Mauer, dem Gehweg Mühlendamm sowie der Platzgestaltung. Insgesamt wurden immerhin 1,32 Millionen Euro verbaut. Die Investition wurde mit 80 Prozent aus Städtebaufördermitteln aus dem Programm des städtebaulichen Denkmalschutzes unterstützt. 240 Kubikmeter Beton und Stahlbeton kamen zum Einsatz. 13.000 Quadratmeter Oberfläche wurde von der Asphaltfläche bis zur Kleinpflasteranlage gebaut. Neben der Bankskulptur aus Gabionen wurden auch Sitzbänke mit Pollern und Abfallkörben wie bereits im gesamten Altstadtgebiet üblich aufgestellt. Hinzu kommen soll noch eine integrierte Beleuchtung der Bankskulptur. Herr Strauß wies noch darauf hin, dass die vielen unterirdischen Arbeiten, die im Projekt drinstecken, sich kaum erahnen lassen. Dann gaben die beiden den Bauabschnitt frei und der Sanierungsausschuss begab sich zu seiner Sitzung.